Ich bin ein Autobusfahrer, aber heute bin ich schon frei und meine... Jetzt bin ich bei der AMS. Meine Schwägerin ist auch bei der AMS. Da ist er eh von dem Geschwindelautobus, von der Firma Verkehrsbetriebe Geschwindel. Ich sage, er wird jetzt weggefahren. Aber ich bin außer Dienst. Ich kann schon jetzt trinken. Ich sage, dass ich mit meinem Leben leben kann. Das ist gut. Mein Vater hat 20 Jahre alt. Ich habe 25 Jahre alt. 25 Jahre alt. 25 Jahre alt. 25 Jahre alt. 25 Jahre alt.